Hallo und Herzlich Willkommen zum neuen Minecraft Let's Play von Draco Basler. Wir spielen Minecraft 1.0.0 auf optimalen Einstellungen. Das ist unser Server. Das ist jetzt mal unsere Welt, die wir aufnehmen. Hier ist der Spawn. Hier ist ein Dorf. Hier ist alles grüne Wiese. Wald. So weiter. Okay. Dann bauen wir hier mal Holzer mit den Hemden. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, ich habe den richtigen Spawn hier hinten. So. Also dann ist das unser Spawn. Den habe ich genau gemacht vorher bei der Testaufnahme. Dann sehen wir mal zum Dorf. Dann sehen wir mal zum Dorf. So. 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 und dann stellen wir auf Easy und bleiben auf Easy. Also, wir müssen die jetzt holen gehen, also machen wir kurz auf Peaceful. Sonst auf Easy. Ok, noch eine Hütte, genau. Machen wir noch eine Hütte. Ok, machen wir hier kurz die Spitzhacke kaputt. Ok, nachher lade ich diese Parts hoch von Minecraft. Und nehme währenddessen Terraria auf. Das Terraria Let's Play. Was ich unbedingt euch zeigen will. Es ist genauso gut wie Minecraft. Naja, es hat 2D. Aber daran gewöhnt man sich in wenige Zeit. Das Game Let's Play geht morgen hoffentlich weiter. Oder halt abend vielleicht schon. Der Server machen wir später weiter. MLG, also MrLegendGamer muss sowieso die paar Kogler, die er aufgenommen hat gestern. Die haben halt gestrückt. Ok. Also, dann gehen wir wieder zu der Hütte. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah, hier bist du. Wow, 2 Häuser und ein Brunnen. Boah, und ein Feld. Die größte Stadt, die ich eh gesehen habe. Die ist größer als Shanghai. Boah, 2 Leute. Wahnsinn. Ich bin außer sich vor Freude. Ich bin außer sich vor Freude. Außer sich vor Freude. Genau so. Stone, Spitzhacke, Stone Axt und eine Schaufel. So. Und du kommst mit? Bye, bye. Wir gehen jetzt in den Wald wohnen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ok, wo wollen wir wohnen? Hier auf diesem Plateau. Am besten. Hey, hör auf du blöde Flieger. Wieso attackieren? Mich immer fliegen. Wieso? Ohhhh. Ok, hier oben machen wir die Hütte. So, mit gleich. So. Ähm. Holz abhauen, abhauen. Oder bauen. Und Platzieren. Der Vollmacht. Der Vollmacht. Wow. So. Dies noch mal beim Schaum. Der Vollmacht. So. Mal schauen wo wir die Hütte bauen. Hier wahrscheinlich. Haben die Erde? Nein. Achso nicht. So. So. Wenn wir die Gleise machen. 66. So. Genau, jetzt ist gut. Das machen wir hier zu. So. Und bauen hier die Hütte. Ähm. Hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 mal 8 Hütte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 mal 8 Hütte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8 so also ein Aufschritten aber keine Zeit keine Zeit sich die Tröte darin unter geht oh nein die Heizung das Öl für die Heizung ok ja genau das Öl kommt hehehe hallo es ist leider wenig Lärm das tut mir leid dass es gerade jetzt ist aber ich wusste nicht das Öl jetzt kommt also jetzt schon wir machen wir machen die die Wand 4 hoch das ist das mache ich immer so dann können dann können wir zwei Gäste ins Haus stellen also an die Wand stellen so ähm 3 ähm 3 haben mein Vater mein Vater ich meine es mein Vater ich habe mein Vater richtig Hallo 3 3 bitte au schöne Schluft äh schöne Klippe also gehen wir wieder hoch so und machen weiter jetzt guckst du so hä wieso guckst du dem noch hä hallo spinnst du hab Freize bitte das ist jetzt 1 2 3 ne 1 2 3 genau Splitsch 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 6 6 7 7 9 10 9 11 14 Abfressi, hat schnur, Abfressi, Abfressi, hallo, kate, Abfressi, yelaf, Abfressi, Abfressi, 왜냐하면 Abfressi De MagAL, Abfressi Ich habe einen Topf, Klaas. So, ich habe einen Topf. Ich habe einen Topf. Ich habe einen Topf.